Sie hören nun eine Sendung der CAP. Kulturelle Aktion und Präsenz in Ostbelgien bei Radio 700. Informationen, Tipps, Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote. Am Mikrofon begrüßt Sie Jean-Luc Fels. In der heutigen Sendung geht es unter anderem um die Abo-Falle, Internet-Streaming, ein Tipp der Verbraucherschutzzentrale. In unserer Rubrik Das Leben ist schön geht es um den perfekten Partner. Und nun hören wir einige Denkanstöße über das Thema Massentierhaltung als Brutstätte für Krankheitserreger. Leider werden nicht alle Schweine artgerecht gehalten, bevor sie zu Koteletts verarbeitet werden. Ähnlich ergeht es den Legehennen in industriellen Anlagen oder den Zuchthähnchen oder den Salmfischen in Zuchtbecken, wo sich Unmengen an Tieren tummeln wäre das falsche Wort, nämlich quälen muss man sagen. Massentierhaltung heißt das Zauberwort, das uns stets billige Nahrung, billiges Fleisch, billige Eier beschert. Doch schauen wir mal ein wenig kritischer hin und stellen wir uns die Frage, ob mit dem Kotelett, mit dem Salmschnitzel, mit dem Hühnerei nicht auch ungebetene Gäste in unseren Teller gelangen. Werden wir konkret. Das Ferkel ist gerade mal 14 Tage alt und kann enthöhnt werden. Es wird mit vielen Hunderten oder Tausenden an anderen Ferkeln zu einem Aufzuchtbetrieb gebracht und verbringt dort mehr oder weniger ein halbes Jahr. Kaum sechs Monate alt wird es zu Koteletts, zu Wurst, Schinken oder Filet verarbeitet. In einem viel zu kleinen Stall stehen dem Tier noch nicht einmal ein Quadratmeter Platz zur Verfügung. Ein Quadratmeter wäre fast schon Luxus und bei dem Preisdruck, dem der Fleischerzeuger ausgesetzt ist, ein Verlustgeschäft. Also stopft er so viele Tiere in diesen Stall hinein, wie die Normen es noch zulassen. Dann werden sie gefüttert. Das Futter enthält Antibiotika, denn die Tiere leben nicht nur in überfüllten Stellen, sondern auch in einer mit Gülle durchsträngten Umgebung. Jedes Tier, das verendet, ist ein Verlust für den Erzeuger. Mit den passenden Antibiotika wachsen die Tiere sogar schneller, selbst mit weniger Futter. Am 18. Februar 2009 ist im Amtsplatz der Europäischen Union die Richtlinie 208-120-EG des Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen erschienen. Ziel ist die Festlegung von Mindestanforderungen für den Schutz von Zucht- und Mastschweinen, die, wie es so schön heißt, eine rationelle Entwicklung der Erzeugung ohne Wettbewerbsverzerrung ermöglichen, aber auch den Tierschutz berücksichtigen. Demgemäß sieht Artikel 3 dieser Verordnung vor, dass dem Mastschwein mit einem Lebendgewicht von 85 bis 110 Kilo eine Fläche von 0,65 Quadratmetern zur Verfügung stehen muss. Wahrlich eine Meisterleistung in Sachen Tierschutz oder auch in Sachen Lebensmittelerzeugung. Den Bauern kann kein Vorwurf gemacht werden, denn sie sind der Konkurrenz ausgesetzt, die bei Unterschreitungen dieser Norm mehr Fleisch und billiger anbieten können. Was passiert, wenn Schwein auf Schwein in solch gedrängter Enge aufeinander hockt? Was passiert beim Menschen, der vom Krankheitskeim infiziert ist und seinesgleichen ansteckt, wenn der eine zu nah neben dem anderen steht? Klar, er infiziert den anderen. Und so ist es auch beim Schwein. Eine solche Schweinemast, sagen Tierschützer, ist eine regelrechte Brutstätte für Keime, auch für gefährliche Keime, die nach der Verarbeitung des Schweins zu Koteletts in den Nahrungskreislauf gelangen. Bis hin zu Menschen. Dabei ist das Schwein doch eigentlich ein harmloses Nutztier in der Masse und im Gedränge wird es jedoch zur Keimfabrik, wie Kritiker sagen. Nur, dass bei ständiger Fütterung von Antibiotika manche von diesen Keimen resistent und damit gefährlich werden können, ist vielen nicht bewusst. Müssen wir also fürchten, dass unsere Medikamente mit der Zeit stumpf werden gegen resistente Keime? Und dass längst besiegt beglaubte Erreger erneut auf dem Vormarsch sind? Etwas anderes, aber nicht weniger problematisch, verhält es sich in den Eierfabriken, wo Huhn an Huhn zusammengepfercht leben und dem Parasitenbefall schutzlos ausgesetzt sind. Den letzten Skandal gab es in Belgien vor nicht allzu langer Zeit. Die Legehennen waren von Parasiten befallen und ihre Gesundheit litt daran. Damit aber auch ihre Legeleistung. Die Hennen wurden kurzum mit Fipronil, verkauelt als Parasitenvernichter, traktiert. Nur das Fipronil, eine neurotoxische Substanz im wissenschaftlichen Jargon, hört sich das anders an als in Deutsch, denn wir sprechen von einem Nervengift. Sich besonders im Hühnerei anreichert und somit in den Nahrungskreislauf gerät. Was den Parasiten in kleinen Dosierungen den Garaus beschert, bleibt nicht ohne Folgen für den Verbraucher, der regelmäßig ein Ei zum Frühstück isst. Wenn eine schwangere Frau regelmäßig kleine Dosierungen Nervengift zu sich nimmt, setzt sie damit ihr ungeborenes Kind, dessen Nervensystem erst noch dabei ist, sich zu entwickeln, einem erheblichen Risiko aus. Wie immer die wallonischen Minister beschwichtigen und verharmlosten, doch der Hohe Rat für Gesundheit in Belgien bestätigte, in einem Gutachten genau diese Risiko. Soweit zu den Informationen über die Risiken, die Massentierhaltung für die menschliche Gesundheit mit sich bringt. Nicht nur Politik, auch der Verbraucher entscheidet, wie es in dieser Frage weitergeht. Klar, mancher Haushalt hat nicht das nötige Kleingeld, um sich des Öfteren mal ein Bio-Ei oder ein Bio-Kotelett zu genehmigen. Umgekehrt steht der Fleischerzeuger in der Regel unter starkem Wettbewerbsdruck und dies umso mehr, als Billigimporte die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von Betrieben bedrohen. Es gibt auch eine Gruppe von Verbrauchern, die es sich erlauben kann, auf Bio-Produkte zurückzugreifen. Ebenso gibt es immer mehr Erzeuger, die sich der Bio-Produktion verschreiben. Doch mal eine Frage, ist das Recht auf gesunde Lebensmittel kein allgemeines Menschenrecht für alle? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zu diesem Thema. Wir hören nun ein paar Takte Musik, dann geht es weiter mit einem Verbraucherschutz-Tipp der Verbraucherschutzzentrale aus Belgien. Wer hat es noch nicht getan? Die Rede ist, Filme und Musik aus dem Netz runterzuladen. Dafür gibt es auch Streaming-Plattformen wie Netflix und Spotify, aber die muss man bezahlen. Wer es umsonst haben möchte, der muss aufpassen, denn es gibt auch eine ganze Reihe von Schurken, die Verbraucher nur abzocken wollen. Und davon ist heute die Rede. Im Studio begrüßen wir Bernd Lorch von der Verbraucherschutzzentrale. Bernd, Streaming-Plattformen gibt es eine ganze Reihe und wie ich eingangs gesagt habe, gibt es auch einige schwarze Schafe darunter. Sind denn auch Verbraucher hier in Ostbelgien in dieser Art der Abo-Falle getappt? Ja, es sind auch einige hier in Ostbelgien in die Abo-Falle getappt. Wir hatten das Thema zum ersten Mal im letzten Jahr angesprochen. Aber wir stellen immer wieder fest, dass die Klagen nicht abreißen und es unter den zahllosen Streaming-Diensten immer wieder welche gibt, die einfach nicht seriös sind und den Verbraucher buchstäblich über den Tisch ziehen wollen. Und worüber beklagen sich denn die Leute in der Verbraucherberatung? Ja, da gibt es verschiedene Arten von Klagen. Wir haben auf der einen Seite, dass Verbraucher mit einem kostenlosen fünftägigen Abo umworben werden. Hier ist es so, dass die Registrierung entweder nicht erfolgreich ist oder es können keine Filme gestreamt werden. Eine Rechnung kommt trotzdem und die Betreiber verbreiten Falschinformationen in selbst erstellten YouTube-Videos. Und andere Streaming-Dienste senden keine Auftragsbestätigung und wiederum andere Dienste beispielsweise klauen einfach das Impressum von einem seriösen Streaming-Dienst und positionieren es auf ihrer Webseite, um es seriös aussehen zu lassen. Also die Methoden sind sehr einfallsreich, um den Verbraucher hinters Licht zu führen. Wie hoch fallen denn diese Rechnungen aus? In der Mehrzahl reichen die Rechnungen von ca. 150 bis 400 Euro für ein Jahresabo. Das klingt dann wie in einem schlechten Film. Angenommen, ich habe mich jetzt registriert und eingeloggt. Es passiert zunächst nichts. Und dann flattert mir eine Rechnung von 400 Euro ins Haus. Was mache ich? Auf keinen Fall zahlen. Stattdessen solltest du den Vertrag wegen Irrtums anfechten. Und außerdem kannst du dich auf das Widerrufsrecht beziehen. Das besagt, dass du innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss kündigen kannst. Ja und wenn ich die 400 Euro schon gezahlt habe, wie bekomme ich mein Geld zurück? Das ist eine gute Frage. Also in diesem Fall wird das Geld wohl futsch sein. Du kannst auf jeden Fall Anzeige beider Polizei erstatten. Und je mehr Menschen Anzeigen zu solch einer Art Abo-Falle machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Staatsanwaltschaft dann aktiv wird. Wie kann man sich denn am besten vor solchen Streaming-Abo-Fallen schützen? Ja, Verbraucherschützer vor allem in Deutschland sagen, dass es sich um eine Streaming-Betrugsnetzwerk-Welt handelt. Das sind so zwischen 40 und 60 vermeintliche Video-Streaming-Webseiten. Die sehen sich auch zum Verwechseln ähnlich. Nur die URL und das Logo sind verschieden. Der beste Schutz ist, wenn die Verbraucher auf solch einer Seite landen, den Bestell-Button genau unter die Lupe zu nehmen. Sollte der keinen eindeutigen Hinweis auf die Kosten des Abos tragen, dann auf jeden Fall die Finger davon lassen. Ein anderes Mittel ist, mal unter den Nutzungsbedingungen nachzuschauen. Nämlich da müssen auch alle Einzelheiten zu den Kosten des Abos enthalten sein. Und normalerweise kannst du den Vertrag nur abschließen, wenn du das Häkchen anklickst. Und ganz wichtig ist, dieses Häkchen bei den Nutzungsbedingungen darf nicht schon im Vorfeld gesetzt sein. Und wer das ganz genau wissen will, der kann ja mal einen Blick auf unsere Webseite werfen, denn da haben wir alle Internetadressen veröffentlicht, die zu diesem betrügerischen Netzwerk gehören. Ja, Abo-Fallen als Streaming-Dienste getarnt. Die Einzelheiten dazu hat Bernd Loch von der Verbraucherschutzzentrale Ost-Belgien. Herzlichen Dank dir, Bernd, für diese Auskunft. Und wie gesagt, weitere Infos findet man auch im Netz unter vsz.be. Nach ein paar Takte Musik kommen wir zu unserer Rubrik Das Leben ist schön mit Bernie Schmitz. Das Leben ist schön mit Bernie Schmitz Sie sitzen im Kino, schauen einen Liebesfilm mit viel Romantik und Happy End. Da trifft die Hauptdarstellerin im Film ihren perfekten Mann. Plötzlich ändert sich ihr Leben, ihr tristes Dasein wird auf einmal voller Farben. Ihre Stimmung wird fröhlich, ja etwas kindig. Sie ist verliebt bis über beide Ohren. Sie hat ihren perfekten Mann gefunden, einen, mit dem sie mühelos reden kann, weil er sofort versteht, was sie sagt. Und selbst, wenn sie nicht reden, verstehen die beiden sich ohne Worte. Ihre Blicke berühren beider Seelen und Herzen. Jeden Augenblick möchte sie bei ihm sein, das Zusammensein ist zu aufregend und bei jeder ihrer Berührungen scheinen die Funken nur so zu sprühen. Und die Sehnsucht brennt alleine schon bei dem Gedanken, nur wenige Stunden getrennt zu sein. Das ist er, der perfekte Partner. Und schön und intelligent ist er auch noch. Und kurz vorm Ende des Films gibt es den perfekten Kuss. Und beim Anschauen des Filmes haben sie ein paar Tränen geweint. Und dann ist der Film aus, sie stecken ihr Taschentuch weg und die Realität hat sie wieder. Und nun stehen sie da mit ihrer Illusion einer perfekten Partnerschaft und möglicherweise dem Wunsch, genau das so zu erleben. Heute, morgen und für die nächste Ewigkeit. Doch wie wir alle wissen, verblasst die Verliebtheit nach einiger Zeit und macht im Idealfall Platz für die Liebe. Partnerschaftsexperten wissen, dass Probleme in jeder Beziehung dazugehören. Deshalb raten sie, die kleinen Glücksmomente in der Partnerschaft zu genießen. Und die haben nichts mit dem Status, dem Aussehen oder dem Bankkonto des Partners zu tun. Der Alltag, der Beruf, die größeren und kleineren Probleme des Alltagslebens lassen möglicherweise nur wenig Zeit für die kleinen Momente, die zu Glücksmomenten werden können, wie zum Beispiel ein gemeinsamer Spaziergang, das gemeinsame Frühstück oder der gemeinsame Besuch bei Freunden. Selbst wenn der Partner nicht perfekt ist, und das ist wahrscheinlich der Fall, wird das mächtige Wir-Gefühl, das aus den kleinen Glücksgefühlen erwächst, viele Mängel der Partnerschaft ausgleichen. In einer alten Geschichte aus Persien wird der Meister von seinem Schüler gefragt, warum er nie geheiratet hat. Der Meister antwortet, dass er das sehr wohl probiert habe, aber er wollte unbedingt nur die perfekte Frau heiraten und deshalb habe das so lange gedauert, bis er sie gefunden hat. Der neugierige Schüler wollte wissen, warum der Meister diese perfekte Frau nicht geheiratet hat. Da seufzt der Meister und antwortet, diese perfekte und wunderschöne Frau wollte ich heiraten, aber es ging nicht, denn sie, sie suchte den perfekten Mann. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag, denn das Leben ist schön. Das Leben ist schön mit Bernie Schmitz. Das war's von der heutigen Sendung der KAP. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns unter kontakt.kap-eupen.be Auf Wiedersehen, bis nächste Woche Mittwoch. Am Mikrofon war Jolli Quels. Sie hörten eine Sendung der KAP, kulturelle Aktion und Präsenz in Ostbelgien bei Radio 700. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kap-eupen.be oder telefonisch unter 0032 87 55 30 48.